Hallöchen, ihr bei Nausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone mit dem lieben Schwarmbeut zusammen, hallo. Hallo bei Nausen. So. Oh mein, mir fällt schon wieder alles hier, echt. Ja, jetzt fliegt er. Alter, verbraucht das viel. Wahrscheinlich der kleinste, aber. Ja, der, warte. Das bisschen, weil ich jetzt rumgeflogen bin, unleer. Puh. Das war aber viel. Also was, jetzt lass uns einfach den Mädchen grob so mal wachsen hier und lass uns einfach das Zimmer mal netter gehen und nachher den besuchen. Ja, oder? Können wir machen. Oder ich weiß gar, behaupte, vielleicht finden wir noch ein bisschen was, was wir proben, wenn nicht. Das können wir aber tun. Warte, dann lege ich mal kurz ein bisschen was ab noch. Ja, da bin ich nämlich auch gerade bei. Ich brauche noch ein paar Pfeile. Nur meinen Bogen. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Das Wort nehmen wir jetzt auch nicht mit. Das brauche ich auch nicht. Genau, das Bildersword kann weg. Oh, der Rest. Das kann auch weg, das auch. Das brauche ich auch gerade nicht. Äh, ja. Der Bogen, ein paar Mal dahin. Jo. 64 Pfeile habe ich bei. Das sollte erstmal reichen. Ja, du kannst schon den Hyperionic Bohr eigentlich jetzt irgendwie so machen. Ja, habe ich ja. Wir haben halt noch kein Infinity Buch, dass ich das da drauf packen kann, dass ich, ähm... Ja, unendlich Pfeile habe im Prinzip. So, jetzt gucke ich mal kurz, äh... Tod. Äh, lösche, lösche. Mach mal, äh, mach mal ins Bomben beim Portal. Und dann können wir uns nochmal herpauber. Ja, das stimmt, ja. Das können wir machen. So, als in der Verfechtung habe ich jetzt noch keine Gesichter, aber ich denke, wenn wir zusammengehen, dann sind wir auf jeden Fall ja safer. Ja. Wie gesagt, wir bräuchten auf jeden Fall noch zwei Blaze Swords, weil dann kann ich Blaze Seeds machen. So, Spawn Point... Äh, Port... Port Point... Wo bist du jetzt? Am Portal direkt. Ah, okay. Mein Titelanschwerf habe ich am Einschlag. Lass uns mal die Richtung gehe hier. Oder bist du okay? Ja. Ich habe jetzt bloß, was ich nicht dabei habe, sind Blöcke zum bauen. Ich habe ein paar. Na gut, im Notfall... ...kümmern wir euch theoretisch an den Dingen, aber auch da geht es gar nicht weiter. Da fach hier mal ein bisschen... Oh, bitte keine Erze, aber... Ne, hatte ich nicht vor. Oh, scheiße. Total ist denkbar. Ich nehme mal da drüber runter. Was hat denn da hinten? Hm. Da hinten war gerade irgendwas Interessantes. Wo? Ja, hier in die Richtung. Wo ich jetzt gerade gehe? Ja. Da unten ist ein Slime. Und da war gerade Kobbelstern, komischerweise mir. Ach, einen Magma-Cubus-Sound. Das kann halt erst informieren, ich da Kobbelstern. Das ist ein bisschen hoch hier. So, schauen, wie wir ein bisschen, oder? Sollen wir uns runterbauen, irgendwie? Ich guck mal kurz. Hm, schwierig. Ah, ich habe eine Idee. Hast du den ganzen Kies eingesammelt, könnte das sein? Natürlich. Warte. Ich mache mal. Ah, du weißt genau, was ich vorgehabt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob es reicht. Gucken. Ich kann mal noch ein bisschen Ding weg. Äh, nicht weg. Oh, oh. Ach, Lava ist hier, weil das ist egal, der macht das nicht so was. Äh, bei so viel haben wir nicht dabei, und da kann man einer runterbauen, dann eine Treppe hochbauen, oder sowas. Ja, nur runterspringen will ich nicht, weil wir unsinnig spinnen. Wir müssen mal gucken, dass wir auf jeden Fall nicht allzu tief springen müssen. Oder so, oder so, oder? Naja, man kann sich ja jetzt runterbauen, aber auf dem Kies haufe. Ja, ja, stimmt. Ein Schaue, aber unter dir was? Lass aufpassen, dass man nicht... Ja, kackviech, oh ja, du. So, ich habe so ein Lava geschossen. Das ist halt schwer. Das Problem ist, die verbrennen in der Lava halt nicht. Ja, weiß ich. Egal, aber egal, was wir machen, auf jeden Fall könnte ich die Zombie-Pigment anhaben. Nee, das ist schlecht. Da habe ich auch einen Gas. Ja, ich auch. Und ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. So, das ist eine neue Richtung weiter, ja, ne? Du fährst, sage ich. Da ist eine Spinne. So, wo ist der? Schau du nach dem Geist, ich gucke nach der Spinne, die da rumrennt. Ich sage. Ja, ich suche ihn gerade. Boah, jetzt kommen die Kleine, die sind so fies. Wo denn? Da, da ist er. Ich sehe ihn. Jetzt nicht mehr. Ist er weg? Ja. Da ist du, Kackspinne, hau ab. Oh, hier ist, oh, Emerald Ohr ist hier. Nein. Das ist. Ich wollte gerade, ich sage ja gerade. Hey, Mama Spinne. Ja, ja. Blick-Riddo, weißt du? Oh, ab, du. Mistvieh. Ich bin gerade hier oben gewesen, wo der Gast war. Was ist das? Ah, okay. Kalendrit, okay. Du kannst was essen. Stimmt, ja. War schon, hast du dabei? Ja, ja. Du bist wahrscheinlich weitergelaufen hier, ne? Auch da hinten bist du. Ja, ich bin jetzt einfach mal die Richtung jetzt erstmal weiter. Ich hatte gerade Diskussionen und ein paar Spinnen. Ja, die sind furchtbar lästig, die Drecksviecher. Vor allem netzen die dich ein. Na, so viel Zeit haben sie bei mir nicht gehabt. Ja, ich hatte gerade drei Stück, deswegen hat sie mich ein eingenetzt. Ich hatte mehr Angst davor, dass sie mich irgendwie in Lava hauen oder so. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ich denke, wir kommen irgendwie wieder hoch, aber oben sieht's auch nicht aus, wenn's irgendwie durchgehen würde. Oder da oben vielleicht. Hm. Na, das ist alles euer Wandtier. Kannst du mir mal ein bisschen Rückendeckung geben? Ja, sicher. Ich bin hinter dir. Die Spinne ist, glaube ich, gerade irgendwie runtergesprungen. Also, Leute, wir haben das viel zu gefährlich jetzt hier über die Lava rüber. Ach, das bist du, okay. Äh, lass uns mal auf dem Netgoof, ja, oder? Ah, ne, das bin ich. Sieht aber auch nichts an den Netherfesten, irgendwie, gell? Ne, ich hab auch noch nicht mal ansatzweise irgendwas gesehen. Lass uns mal auf die Insel darüber bauern und da ein bisschen weitergehen, dann. Ja. Wenn du mir da ruhig ein bisschen freigest, dann bau ich weiter. Ja, ja, ich bin, ich guck schon, ob ich irgendwo auch ein Gas hör oder sehe. Ja. Weil da sind ja gerade die schlimmsten oder, oder halt Fledermäuse. Das wäre natürlich richtig blöd jetzt. Die sind auch böse, ja, die Feuerfledermäuse da. Aber noch habe ich... Die waren zwar nicht viel Damage, aber die haben die Rückzucker schon. Ja, die nerven auch. Das ist das Hauptproblem, ja. Aber bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Ja, das habe ich bei Aquarium in Skies gemacht. Da habe ich von einer Insel zur anderen gebaut. Ich guck mal, dass die Spinnen da vielleicht wegkriege. Ach, da ist nicht der Drakonik-Boote bei. Ja. Sind die hinter mir, oder wie? Ne, die waren auf der Insel da direkt. Oh, ja, wie oben hält Slime. Zeig es bei mir an. Ich habe auch gerade einen Gas kurz gehört. Ja. Da. Na, wir haben auch ein E-Fahrsteinland jetzt. Ich bin tot. Sharpshooter ist schon was Geiles mit dem Bogen. Schön ranzoomen und killen. Ja, das ist richtig. So, auf der Insel sehe ich gerade keinen Gegend außer die Pigments. Machen wir doch einfach nochmal den Spornpunkt gerade. Da hat der Pigment guckt. Geil. So, was hat er wahrscheinlich nicht erzählt. So, ich mache mir jetzt hier aber gerade nochmal einen Waypoint. Insel 1, so. Der hat ja gerade echt, du machst den Netherwick dahin und dann guckt der echt so genau zu dir hin. Das sah richtig cool aus. So. Achtung, da nicht drauf, da bist du verbrennst dich nämlich. Ach, der in den Heatshänd, ja. Oh, ja, ja, ist gut, ist doch gut, ist doch gut. Ich weiß, dass du groß bist. Hier geht es auch nicht weiter. Ich gucke auch mal kurz auf die Karte, ob ich irgendwas schon... Nö. Mal hier rüber gucken. Auch nichts in Sicht. Nee, hier wird es dem auch nicht weitergehen. Oder? Doch. Doch, da geht es weiter. Brauche ich dich? Ach, du hättest ein Ding gewesen. Abgerutscht weg. Oh, da vorne ist ja sowas. Schlimmsten sind immer, finde ich, die Löcher im Boden. Die so unvorhofft kommen und dann erstmal, zack, bist du weg. Da hinten, das könnte eine Festung sein. Ja, das habe ich nämlich auch gerade im Auge gehabt. Toll. Was denn? Toll. Toll. Was denn jetzt? Na, jetzt ist die Wand da. Achso. Danke aber. Achso. Nee, bei mir ist die Wand schon da gewesen, aber da hinten könnte das vielleicht echt eine sein. Guck mal nochmal auf Map. Ja, jetzt ist meine scheiß Spitzhacke kaputt. Oh mein Gott. Ich habe Obsidian dabei. Ich habe nur eine Eisenspitzhacke. Woher auch immer. Aber ich habe nur eine. Oh, meine ist ja auch kaputt. Fällt mir gerade. Ja, egal. Ich habe 3 auf die Obsidian dabei. Das heißt, ich kann die reparieren. Das ist gerade jemand. Hm, das ist aber kacke hier. So sehe ich nichts. Guck mal, ob sie auf die anderen Seite kommen. Aha, schon besser. Wo bist du? Hier. Ich grabe mich gerade durch hier. So, na, komm mal zurück. Wie ein Mollwolf. Ich habe hier drüben, können wir oben drüber gehen. Wer da. Toll, ich mache hier einmal ein Mollwolf. Ja, schon mal ein Kackspinnerhawk. Hau ab, sage ich. Ich muss erstmal was essen. Ja, ist eine Fässung. Au, au, was? Boah, das ist schon so ein Minispinner. Hau ab. Neffige Pestilenz hier. Au, au, Griper. Nitro-Griper? Ja. Ja. Wo bist du jetzt hin? Äh, da kommst du gerade. Ich sehe dich. Da vorne ist die Fässung auf jeden Fall. Ah, okay. Dann haben wir doch richtig gesagt. Mal kurz mal den Happen essen. Nicht vergessen, das Essen. Ach, mal ein Knochen. Ich hoffe, wir kommen da jetzt angeflogen. Oder in Kohle und Knochen. Ja, ich wollte gerade sein, dass ich auf jeden Fall. Ich habe mir was gestorben. Dann lass ich ein bisschen Platz machen. Wahrscheinlich ein Wyserskelett. Oh, Wyserskelett. Das könnte man eigentlich theoretisch auch brauchen. Ich baue mich einfach oben, oder? Ja, und dann mache ich mir einen Funk da oben hin. Oder wir gehen hier hoch. Ich bin jetzt gleich oben schon. Also. Ich auch. Oh, das ist groß. Der Hebratser hat Blaze. Ich sehe schon Blaze. Au. Blaze ist gut. Das gefällt. Ich bin oben. Wäre ich gerade auch fast gewesen. Wäre ich nicht runtergefallen. Neu. Bestung. Und die geht ja da drüben noch weiter. Da drüben stehst du schon die Blaze. So, Festung. Warte. Erstmal kurz einen Punkt machen. Festung. Oh, da ist ein Blaze-Spawner hier. Blaze-Spawner. Das ist gut. Ich schmeiß mal kurz was weg hier. Ich habe für mich nochmal vier Schmelzkamm. Ein Platze. Platze-Spawner. Hey. Spawne ich nicht mehr drin, du Stück. Oh, einer habe ich schon. Ihr habt jetzt gerade auch zwei Blaze am Kamm, aber ich habe noch nichts rausgekriegt. Also einer. Oh, ich sehe. Da hinten ist ein Wizzerskelett. Ein Wizzerskelett ist da hinten. Wo? Da in der Richtung. Da kam ich doch gerade her. Da drei Stück stehen, da. Ah. Direkt auf dem Gang, da. Oh, da sind Blaze. Ich glaube, ich habe mich mit denen jetzt mit meinem Eiserrichtung anlegen, weil ich ganz ehrlich. So, ich habe drei Blaze-Spawner. So, ich habe drei Blaze-Spawner. So, jetzt schon. Wow, hier sind fünf Wizzerskelett, vier Blaze-Spawner oder sowas. Ich werde den Platz machen, wenn wir den Atmen. Schnauze. Ach, das war auch Sturikrall. Wer schießt denn da auf mich? So. Fertig. Der Bogen, der ist aber auch richtig böse. Oh, da war schon wieder eine Blaze-Spawner bei. Cool. Ich habe schon vier. Gucken wir mal, was hier ist. Imps. Das ist zu, das ist Ende. Imps. Da sind ein paar Imps. Was noch wichtig wäre, wenn Nessabards sind, auf jeden Fall. Dann glaube ich, die haben wir auch noch nicht. Oder haben wir schon welche? Ja, aus den Packs raus. Ach ja, stimmt, klar. Stimmt, da kommen ja auch welche raus. Ich glaube, 26 oder 30 Stück im Ring drin. Ah, da geht's hoch. Geht's nochmal hoch. So. Ne, ich muss gleich nach der sechsten Schicht machen. Okay, da ist nochmal der Blaze-Spawner. Ja, Blaze ist habe ich schon genug eigentlich. Für Seeds auf jeden Fall schon. Also, das... Oh, da hätten wir keine Eichhörnchen so ein Diamant-Olimit nehmen. Da hätten wir keine die Dinger abgehauen wollen. Das stimmt. Da ist eine Spinne. Die werde ich mal kurz aus dem Leben schießen. Wenn man dran gedacht hätte. Stimmt, ja. Ich habe mir jetzt gerade so weggefallen. Wo bin ich jetzt zu? Ah, jetzt hätte ich rennen. Ich bin gerade hier die... Let in an Zombie-Pigman. Wenn ich mal ein bisschen Löser-Skelette abknallte und blaze es. Nichts was essen. Ähm, ja gut. Können wir ja immer noch machen. Dann die abholen. Ja, wir haben ja weggefallen. Das ist ja gerade immer. Ich guck mal kurz. Wer schießt? Was? Wo? Dann können wir uns sicherlich auch Spawn-Ramper oder irgendwie. Das können wir machen, ja. Mit Obsidian oder sowas? Vielleicht können wir mal mit Safari-Netzern... Äh, ein Wider-Skelett-Farmer oder sowas machen. Ja, da brauchen wir... Ja gut, könnten wir auf jeden Fall. Da brauchen wir eigentlich nur ein Skelett-Spawner für. Und den in der Hölle aufstellen. Reicht dir. Ach so, stimmt mir. Da brauchen wir ein Spawner, richtig? Oder ein Safari-Netz mit einem Autospawner. Problem ist, dass wir kriegst einen Spawner her. Autospawner können wir auch noch. Nehmen wir uns ein ganz normales Skelett-Safari-Netz. Und dann in eine Hölle stellen mit einem Autospawner. Fertig. Da brauchst du ja gar nicht in eine Hölle stellen. Warum denn? Ja, ähm... Dann brauchst du nicht dieses... Ähm... Ähm... Ja... Die... Witchwater und fertig. Ja, oder so. Oh, Reaper hab ich gekriegt. Ha-ha! Wann hab ich jetzt einen Erfolg erzielt? Na, oder... Ja, so muss das sein. Hab ich ihn gekillt? So, ich hab schon fünf Blaze-Words. Ich eine. Ich hab auch schon mängst zehn Blaze-Geskillt. Ne, für mich sind die halt wichtig für, ähm... Wer hat jetzt auch nicht geschossen? Hör mal das. Für Endertanks, weil ich würde das dann, anstatt mit diesen, ähm... Growth-Dingern würde ich das dann halt mit, ähm... Ähm... Sprinklern machen. Dabei, ich bereistet euch nix mehr der Herz auf. Na, okay. Dann können wir es eigentlich zurückporen. Da ist auch kein netter Wartier drin. Ja, ist doch nicht schlimm. Wenn wir welche haben, dann reicht das ja. So. Du. Weg. Irofakken stehen, weil ich da brauchen wir noch los. Nein, ich auch nicht, oder? Hm, nö, ich glaube nicht. So, könnte ich eigentlich auch mal die Seeds von machen, glaube ich. Close-Down. Das würde auch immer... Ja, würde ich sagen, lass zurückgehen, oder? Ja, ich port mich. Dann. Teleport. So. Die Folge ist sowieso jetzt schon Ende. Oder jetzt, müsste er gesagt. Na gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Action gehabt. Dann haben wir schon gefunden. Aber ich einfach... Zu zweit, da kannst du einfach die Rüge frei halten. Ich einfach sag dir. Ich baue wieder zu hier. Zack, zack. Ich gucke mal nochmal so zum Abschluss mal die Farm an. Genau. Ob es eine Ausstellung gibt, da könnte ich nämlich dann weiterverordern. Die wüsste nicht weitergelaufen, weil wir kann Schunkle-Order haben. Natürlich nicht. Ich bin gerade überlegen. Sollten wir uns nicht vielleicht mal einen bauen? Weil wenn ich den Server zwischendurch laufen lasse... Äh... Sollten wir uns vielleicht mal einen bauen? Hast du gerade einen von Schickenchunk drauf? Doch. Ja, ja, aber wir haben keine... Du hast noch Obsidian, ne? Ja, sicher. Tu mal kurz ein bisschen was ins M.E.-System. Ich probiere das Buch. Achso, hast du schon. Das Buch ist... Jetzt kannst du machen. Weil dann würde ich sagen, dann läuft die Farm ja weiter. Dann würde ich sagen, ich mache noch eben kurz Blaze Seeds. Eben schnell. Äh... Zeige, Laser müsste ein reichen. Nein, Chance, oder? Ja, guck doch einfach die Laser an. Dann siehst du halt ja. Ja, ich hab's doch. Guck dir selber schön. Dann passt das. Wenn die Farben drin ist, dann passt das eigentlich. So Blaze Seeds. Nein, das war die Strengung. Guck mal, Imperio. Imperio haben wir sogar noch. Sehr schön. Ja, aber ich mach drei Chanks, ist ja egal. Ich stehe, das ist ja nicht. Du kannst theoretisch so viel machen, wie du willst. Das hier steht ja nichts, was die Rose hat geladen muss. Achso, ja, ist dein Junkle, oder darf ich nicht? Achso. Achso, du darfst noch ein Zugreif drin. Echt? Ne. Ne, hab ich drei Chanks, 25 Chanks. Das ist nicht leiser. Ne, ne. Und dann brauche ich nachher, dann kann ich mich selber bauen. Ähm. Ja, aber das war es ja auch nicht, ist ja egal. Ist ja egal, man stellt einfach irgendwie, ich weiß nicht, groß ein und gut ist. Stell einfach auch für sich zehn Chanks oder so, dann ist gut. Ah, das ist okay, na gut, machen wir es auch. Das sollte eigentlich reichen, für uns. Ja, auf jeden Fall. Solange die Farben drin ist, ist das eigentlich reich, das. Zehn Chanks ist ja schon eine Menge. Wo ist jetzt? Ich war wieder voll, ne? Naja. Hast du die Minitius Heads eingesammelt, kann das sein? Einen, ja. Ja. Ich war gerade voll, deswegen konnte ich die nicht einsammeln. Ähm. Ich lege es da rein. Okay. Danke. So, dann haben wir die Blaze Seeds auch. Die pflanze ich dann direkt an, weil die kann er ja dann vermehren, wie er will. Weil das funktioniert. Ich habe es gerade ausprobiert. Also es funktioniert. Der macht tatsächlich mehr Seeds. Holt er raus. So. Die würde ich da oben hinpflanzen. Oder? Ist er da orange oder rot? Ich würde ja rot sagen. Nehmen wir doch mal. Ja doch. Nehmen den Red Stones. Da. Bitteschön. Anpflanzen wir mal bitte an. Gut. Dann würde ich sagen. Ah, du bist dran mit Ende machen. Ne, ist egal. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da lasst ein Kommentar, da guckt beim Schwabe rum. Link ist für mich in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.